Dürcher und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Terror Online, dem Privatserver von Fiesta Online. Genau, und wir hatten jetzt eigentlich vor, den Abfest zu machen. Vorher verkaufe ich aber noch meine Stäbe, die über sind. Heißt es nicht die Abquest? Aber egal. Und das ist nicht wichtig. Was hab ich dir gerade gesagt? Die was? Den Abquest. Achso. Ja, sorry. Okay, setzen wir das Reacon ein, oder? Den Reacon. Ja, setzen wir ein? Den Raccoon vielleicht auch. Irgendwie so. Jo, machen wir. Den Raccoon. Den Racken. Angry Birds, yeah. Genau, Angry Birds. Was hat das damit zu tun? Man weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Congratulations and well wishes to Angry Bird and Yahiri. Achso. Ja, Angry Bird and Yahiri, wir lieben dich. Äh, euch. Ist auch eine meiner Lieblingssprüche, ne? Man weiß gar nicht immer, welche Lieblingssprüche man eigentlich alles hat, aber Tatsache. Das hast du schon mal gesagt. Mit dem, wir lieben dich. Das war letztes Mal mit, keine Ahnung, Problem oder irgendwas. Ja, ich sag das ganz oft. Ich hab das in Fiesta auch gesagt. Kann sein. Wir laden morgen den ersten Terra Part hoch, ne? Wir machen hier schon die zweite Aufnahme, haben noch nicht einen hochgeladen. Ja, und ich wollte gestern schon hochladen, aber du kriegst das irgendwie nicht hin. Ne, dann hab ich aus Versehen Fiesta hochgeladen, weil wir ja noch Fiesta Parts hatten, wovon wir gar nichts mitgekriegt haben. Du nichts mitgekriegt hast. Das muss man jetzt echt sagen. Ich hab mich gerade erinnert. Das musste sein. Allerdings war es nicht so, wie du gesagt hast, dass wir nach der, ähm, Slime, nach dem, äh, ja, nach dem Moment nachdenken, jetzt hab ich gerade eine Lücke. Äh, nach der... Kingdom Quest. Kingdom Quest, genau. Ähm, 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 der, das, Kingdom Quest, die letzte Part, der letzte Part war, war falsch. Es rückelt gerade ein bisschen, ziemlich eigentlich. Ja. Da waren noch ein paar andere. Okay. Dann haben wir nichts mitgekriegt. Jo, ich musste gerade ein bisschen auf der Stelle stehen. Okay, ich lauf schon mal. Jetzt ist besser. Genau, bei mir... Ich rückelt zwar immer noch, aber... Ja. Oh, was ist es denn? Ja, es sind viel zu viele Leute hier, ganz einfach. Irgendwie rückelt das die ganze Zeit. Ja, ein bisschen ist gut. Nee, aber bei mir ist es ein bisschen. Begin the quest. If you be wish stronger. Nein, if you wish to be stronger. So. Ja, wir möchten gerne stehen. Jetzt geht's wieder. So, Promotion Ride. Yes. Na, next, can we all schon. Alles, kommt, die quest. Optate 15, fame. Okay, fertig. Wir würden immer fair machen. Du, alter läuftst, sei gerade die ganze Zeit auf der Stelle. Oh, und so, ich war eigentlich noch ein bisschen dahinter, egal. Jetzt machen wir mal los. Waff, 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 waff. Hoh, holen wir uns gleich mal. Oh man, ich will immer mit Tee das Chatfenster öffnen. Ja, das kenn ich. Und, hat dich wer gebufft? Ja, ja. Wo bist du? Hier. Wow, das scheint ein hoher zu sein. Buff. Ja, der ist echt gerne Buff. Buff, please. Komm schon, komm schon. Buff mich. Buff mich und ich lieb dich. Komm schon, Aquea. Aquea. Jo, wir wurden gebufft. Ja, freu dich. Jo, mach ich gerade. Ja, ich bin auch, weil mein Bruder hat das irgendwie nie hingekriegt, diesen UpQuest mit Mage zu machen. Die See-UpQuest. Die Zen, heißt es für mich. Lass mir auch meine eigene Meinung. Das heißt ja auch nicht, der App oder der Mod. Das hatten wir schon. Ja. Letztes Mal. Ich kann es immer nur wiederholen. Ich sehe immer wieder Leute, oder höre immer wieder Leute, die sagen, ja und ich habe den und den Mod drauf. Äh, ist falsch. Ist einfach komplett falsch. Ist müh. Ne, stimmt nicht. Kannst du vergessen. Weil die App, das ist ja eine Abkürzung. Das heißt ja eigentlich die Application. Oder die Applikation in Deutsch, ne? Ja. Ah, wir spielen englisch in Server, wir spielen Terra und deswegen heißt es Application. Genau. Und du spielst Minecraft auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch, ist so geiler. Nein, verpiss dich mal in Englisch. Nein, Deutsch. Deutsch ist so geiler. Nein. Doch. Deutsch ist eine scheiß Sprache. Aha, du hast also was gegen mich. Ja, habe ich. Und gegen mich selbst auch. Und gegen alle. Alle Deutschen. Ich habe, ähm, ich habe allerdings am meisten was gegen dich. Das, 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 die Kräuter hier sehen voll lol aus, finde ich. Voll lol. Darüber hatten wir es auch schon, ne? Lol ist kein Adjektiv, man. Es wird auch nie ein Adjektiv sein, verdammt. Worst. Doch. Nein. Für mich schon. Nö. Da wird schon eher xdik ein Adjektiv sein. Ja, genau. Genauso wie xd-Lapper-Flash. Ne? Ja, das ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Den hast du noch nie in irgendeinem Let's Play gebracht. Aber egal. Den sage ich aber sonst immer, wenn ich es vorspiele. Immer in den Pausen. So, als erstes machen wir jetzt mal so. Dann machen wir... Ne, komm, der Rüst kann ich anlassen. Allerdings nehme ich den Streitkolben raus, damit der Gegner jedenfalls keinen Streitkolben hat. Gute Idee. Und du wolltest deinen Tuxedo-Dingens da, diesen Supermantel da anziehen. Ja, das mache ich aber erst, wenn ich ihn... Erst ganz am Ende. Ach so. Okay. Ah, fuck. Was ist? Ich muss nur mal zurück. Wieso? Ja, das war ein epischer Fail. Weil ich ihn nicht angelabert habe. Ich gehe schon mal rein. Jo. Verdammt. Sollte aber... Mein Magic-Stuff sollte ich nehmen, weil sonst kann ich keinen Zauber machen. Ups, jetzt glaube ich auch noch in die falsche Richtung. Ja, das tut mir leid. Ihr müsst immer ihn ein zweites Mal ansprechen. Immer ein zweites Mal ansprechen. Hoffentlich hat er hier Rollen. Ne, hat er nicht. Ach, Mann. Jetzt muss ich nochmal den ganzen Müllweg zurücklaufen. Tja. Schon, komm hier. Vier, komm. Ah, die KP-Anzeige. Die HP-Anzeige, Entschuldigung. Die HP-Anzeige? Was ist mit der HP-Anzeige? Die hat gerade schon rumgeleckt, weil die hat mich dreimal getroffen und die ist nicht runtergegangen. Also bei mir. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme auch so ist. Ich weiß es nicht. Allerdings ist eigentlich alles, was du auf der PC hast, in der Aufnahme meistens genauso. Wundert mich auch manchmal. Aber es ist eigentlich immer genauso. Ja. Wäre ein bisschen kackier, aber egal. Wieso nehme ich eigentlich jetzt, jetzt, wenn ich gerade das erste Mal den, weißt du so, so verscheucht habe, wieso nehme ich dann diesen komisches Anzug-Ding und den Stab weg? Wieso dann? Weil es ganz. Ja, genau. So, ich schaue mal kurz was nach. Wie viel Arbeit, äh, wie viel Speicher ich noch habe? Boah, da sind wieder schon irre viel weggegangen. Den letzten, wie lange nehmen wir schon auf? Fünf Minuten? Höchstens. Lange nicht. Hm. Viel weniger. Ich habe vor, vor kurzer Zeit habe ich viel Abwehrs schon mal gemacht. Jo, ich auch, als ich meinen, ähm, Boogie auf Terra in zwei Tage auf 60 gemacht habe. Nee, ich, als ich das, bei anderen L.P. Komm schon, lauf doch. Lauf. Alter, Alter, ich will raus aus Elde. Allerdings vorher muss ich mir noch ein paar Rollen kaufen. Damit meine ich nicht Dönerrollen. Dönerrollen. Guck. Döner. Nein. Doch. Alter, verpiss dich. Ist doch echt so. Nein, erzähl mir nix. Ach, das war ein Scherz, okay. Ich dachte schon. Das ist mein Herz, egal. Alter, ich gehe, ich gehe dreimal in der Woche Döner essen. Boah, Alter, überhaupt nicht übertrieben oder so. Nein, das ist normal. Um sich mal in den Worten von O zu sagen. Alter. Okay. Ne? Jo, ich habe jetzt ein paar Rollen gekauft. Ein paar Rollen, stimmt. Kannst du mir die Hälfte abgeben? Nein, beim nächsten Mal kannst du laufen. Nein, Scherz, ich kann dir welche abgeben. Allerdings erst nach der Abquest. Es ruckelt. Überwie nicht. Ich habe 55 Frames und so. Wo kannst du es schauen? Was? Wo kannst du es schauen? Leg es oben in der Ecke. Ach so, wieso blendest du das nicht aus? Weil es geil ist. Weil du genau weißt, wieso es laggt. Und hier kann es ja auch sein, dass es laggt, weil das Programm irgendwie überlastet ist oder so. Okay. Sieht man das nicht in der Aufnahme? Ne, ne. Also, als Video, also, ja, man sieht es nicht in der Aufnahme. Cool, dann mache ich das vielleicht auch bald. Da wird jemand sein Gesicht wechseln. War ja auch immer. Im Real Life. Hä? Einfach mal ein anderes Gesicht draufsetzen. Du bist in der Upquest, du konntest es nicht sehen. Mhm. Ich finde es irgendwie voll kackiges, dass es immer nur, dass die Leute in dem Upquest immer nur eine XP geben. Ja, weil du sonst hier, boom, noch zwei, drei Level in der Upquest kommen würdest. Ach so, das wird witzig. Nö. Vor allem für Terra. Nein. Doch, doch. Nö. Hä, wieso kann ich den, wieso kann ich den Käfig nicht anvisieren? Das war ja LOL. Du konntest den Käfig eben nicht anvisieren. LOL ist kein Artikel. Reg dich nicht auf. Oder auch, reg dich ab. Alter, sei nicht so aggressiv. Das geht auch. Ja. So, wir haben es geschafft. Jetzt kann ich endlich reingehen. Cool. Ach, verdammt. So, das. Ich bin jetzt schon bei die. Okay, alles klar. Ich bin jetzt gleich in dem Raum, wo die, wo die, wo das Blaulicht zuerst mal auftaucht. Okay. Doof, dass mich das nicht interessiert. Kein Scherz. Äh, ähm, ich finde das doof, weil in Fiesta kannst du einfach irgendwo auf den Text draufdrücken und das nächste kommt. Hier musst du auf Next drücken. Ja, das ist voll kacke. Voll kacke. Geht doch jetzt rein. Geht doch. Shadow Dungeon. No Loading. Und schon fertig. Und jetzt überhaupt kein Ruckeln mehr. Ist ja geil. Egal, ich hatte... Schlacken. Von Anfang an, dass ich im Upquest drin war, hatte ich die ganze Zeit bis hier eben gerade 55 Frames. Und schon macht er kaum Damage auf mich. Und schon kommst du hier rein. Schon habe ich wieder 27 nur. Ist ja kacke. Bei Manecrush spiele ich eigentlich immer mit 27. Und zwar auch, wenn ich alleine spiele. 27,5, ne? Wieso 27,5? Weil das besser ist. Weil dann bei mir, also bei mir auf jeden Fall, da springt der mal zwischen 27 und 28 rum. Deswegen habe ich 27,5. Kannst du es ja customisen. Was war das gerade? Es hat sich irgendwie gay angehört. Okay, da muss man natürlich wieder sagen, dass man nix gegen homosexuelle Leute hat. Es hat sich schon mysteriös angehört. Aha. Bleib hier Penis. Verdammt. Schon wieder ein Schimpfwort benutzt. Tja. Na, ich glaube, das ist so sauer ist YouTube jetzt nicht. Es ist eher, wenn es wirklich gezeigt wird, weißt du, dann... Achso, ja, dann wird es schlimmer. Dann geht ihr Typer wahr. Dann muss man eine andere Seite benutzen. Ja. Wir zählen jetzt mal lieber nicht auf welche. Wir wollen ja nicht den Anschein der Wecken, dass wir darauf... Uns bewegen. Genau. Okay, alles klar. Ich kloppe mich gerade mit den ersten beiden Keybings. Achso, die habe ich schon lange hinter mir. Allerdings machen die mir überhaupt kein Damage und irgendwie bin ich auch im Bar. Kann man nicht anders sagen. Es muss erstmal der Leitmagier ich selbst sterben. Dann sag mir nochmal, wie viel Death du hast. Ja. Warte, 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 warte. Das muss jetzt nachgeschaut werden. 54. Ja, das ist echt immer... Oh, wie süß. Ich habe 88. Ich habe fast das Doppelte von dir. Aha, okay. Jetzt vergleichen wir mal dein Damage mit meinem Magie-Damage, ja? Also? Ja, hau rüber. Ja. 124 bis 140. Nein, nein, nein. Das ist nur ein Scherz. Nein. Ich habe 115 bis 131, Mann. Ich muss doch um einiges mehr haben als ich. Nee, weil ich mache ja auch. Was? Jetzt ist hier friendly deja. Und dein bester Skill macht wie viel Schaden? Kannst du heilen, nur so eine Frage? Nein, aber trotzdem. Also, man kann Klassen nicht mehr gegenseitig über die Stärke vergleichen, sage ich immer nur. Ja, du willst nur nicht verlieren. Alter, wirst du jemals jemanden wiederbeleben können? Wirst du jemals jemanden einen Buff geben können? Ich habe auch schon Prissy, von daher. Ja, ja, ich weiß, aber mit deiner jetzigen Klasse. Man kann Klassen nicht vergleichen. Es gibt keine beste Klasse oder so. Doch, Joker. Joker, Joker, auf jeden Fall. Es gibt vielleicht eine Lieblingsklasse, aber nicht eine beste. Und es gibt eine, mit der man am schwersten levelt kann. Und die habe ich leider gerade. Ja. Naja, ab 60 circa nicht mehr. Dann erst recht, Mann. Zumindest im normalen Fierster. Ja, im normalen. Dann geht es erst richtig los mit der... Du fühlst dich verarscht. Ich wollte gerade mit Slash das eingeben. Ja. Weil du zu viel Minecraft gespielt hast. Ja. Das kennen wir doch alle. Ihr habt bestimmt auch schon mal zu viel Minecraft gespielt. Bam. Jetzt bin ich übrigens schon bei den Skeletten. Und ein paar habe ich davon auch schon getötet. Und gleich darfst du mal auf die gute Nachricht oben im Ding ins Fenster haben. Ich finde es aber viel cooler, wenn wir gleichzeitig den Boss töten. Und es gleichzeitig die Quest abgeben. Und es da gleichzeitig oben steht. Na, den Boss müssen wir ihn... Den Boss ist es scheißegal. Ja, ja, ich weiß. Okay, jetzt muss ich hier die ganze Zeit mit diesem komischen Schild rumwarscheln. Nee, ich glaube, ich kann... Ja, ich kann es auch abwerfen. Doofes Schild. So, der Skelett... Das Skelett ist jetzt auch groß. Durch diesen... Durch das Ding da kriegt man ja Sign of Promotion. Ja, und was bringt das? Das bringt... Gar nichts. Kann man überhaupt nicht... Kann man nicht verkaufen, kann man nichts für tun. Ist ja langweilig. Aber damit kann man Level Up kommen. Also Level Up Quest. Ja. So, jetzt darf ich mal kurz rumwälzen, ne? Jo, mach das. Erzähl irgendwas Interessantes aus deinem Leben. Okay. Ähm, 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 ähm... Wollt nicht sein. Komm, irgendwas wirst du auch wohl finden. Ähm, 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 ähm... Also, ähm, ähm, ähm... Nein, ehrlich, erzähl irgendwas Spannendes. Ich weiß noch nicht was. Was ist denn Spannend? Ich komme jetzt gleich zu den zweiten Keyblings.